Professor, Vanessa, she's joking, not the tech, she gone. Professor, Vanessa, yeah, I love Proud and Proud. Redaktion mit Frankfurt. Live schalten, bitte. Ganz ehrlich, darf ich wissen, was es heute für eine Veranstaltung ist für euch? Dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Deine Versuch hätte ich gern. Deine Versuch ist mein Ziel. Wir machen sowas nicht. Wir filmen nicht. Schau mal. Ich will definitiv nicht, hallo. Sowas machen wir nicht. Wir sind so höchst. Darf ich bitten? Schicken Kuss. Schicken Kuss. Nein, nein. Vorher nicht. Noelle, ich komme Noelle. Noelle, ich komme Noelle. Sie kommt. Ich komme Noelle, heute Abend. Und ich hol dich. Ich hab dir was eingekauft. Ich hoffe es. Oder nein, ich war egoistisch. Ich hab's für mich geholt. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich dachte, dass ihr den Professor einfach so abschüttelt. Ja, dann habt ihr euch geschnitten. Hier, folgt mir auf YouTube. Demnächst auf YouTube. Das kommt dem... Das kommt dem... Das kommt demnächst auf YouTube. Weißt du warum? Abgesehen von der geilen Karriere. Die Frisur von ihm ist einmalig. Nur wegen der Frisur. Die ist einmalig in Deutschland. War so ein Vogelnächt. Weltklasse. Wo du arbeitest, was gibt's bei dir auf der Arbeit? Das gibt... Es ist ein Flas. Rindflas. Lame Flas. Es ist ein Flas. Rindflas. Lame Flas. Es ist ein Flas. Rindflas. Lame Flas. Blo-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar-bar. Lame Flas. Professor, Vanessa! Paper für die YouTube? No. Keine Papiere, okay? Yes, because it is Coronavirus and the Biro is closed. Also er meint, er hat keine Papiere, keine Genehmigung, um diesen Job zu machen, aber durch Coronavirus waren die Büros zu und deswegen macht er die Arbeit trotzdem. Mannheim ist nicht gleich Mannheim, denn wir befinden uns hier in der Türkenstraße, so heißt die, und viele dieser Mitbürger haben keine richtigen Jobs. Die Frauen glauben, dass sie arbeiten, dabei sind die meisten in Cafés und zocken ihr Arbeitslosengeld. Mein Gott, Isabella, ich würde dich gerne sehen, wenn du 40 Jahre weniger hättest. Was hätte ich mit dir angestellt, Isabella? Wieso 40 Jahre weniger? Was denkst du denn, was ich hab? Aus Frankfurt, der Professor, und jetzt schalten wir wieder ins Studio. Professor, Vanessa, she jukin' off the techin'. Professor, Vanessa, y'all a la pride to pressure.